So, herzlich willkommen! Wir spielen heute eine Runde in Need for Speed World, da vor mir backt wieder viel Trump. Mit dabei haben wir den Gigaboy, den Serka Feet. Wer ist der Meister überhaupt? Hey! Ich, äh, den ich, Andreas und, äh, ja, beide wenig greifen, ne? Wir starten hier gleich voll los. Zum Runden-Kurs. Fick dich! Ey! Oh, wir sind alle sehr freundlich zueinander. Und jetzt bin der Feuerwehr. Wenn wir auch hier haben. Da dachte ich schon ganz gerne so schnell. Der ist sehr fertig, sehr fliege. Ey! Beg da! Wie ist Gemäck in der Tür? Hau ab! Giga-Boy! Äh! Warte mal ne Runde, Alter! Die ganze! Für Speed! Ich bin nicht so schnell! Ja! Ja! Wie läuft bei dir, Feet, ne? Ja! Dank dich! Pick dich! Ich möchte Kasselsverkehrsmann geben. Dann kommt die Feuerwehr. Ah, den kriegen wir auch noch, so weit ist der ja gar nicht mehr weg. Drei, zwei, eins. Ja boi, da rechts herum, du verwirrst mich. Das ist voll komfus. Weg da! Oh man, der fahrt alle im 10 und 10 und 10. Schon zweite Runde, hörst du? Uiuiui. Was war das hier? Attentat auf mich. Echt halt. Boah, mein Arzt ist doch gut. Nein! Ja, auf einmal ist es, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kiaboy, wo bleibst du? Krieger! Was ist denn Crash oder was? Der scheint gegen eins zu fallen, zu fahren zu seinen Beinermittelwürgen und den Reppens zu ziehen. Feuerwehr! Wo die Feuerwehr? Immer schön krank. Alter, hallo? Gibt's denn noch? Frechheit hier. Boah! Ja! Da weh vor meine Glätte. Oh, tschüss! Gibt's schon in deinem Land zu haben? Nein! Die Tür wieder hätte! Meinen, Spaybox. Seid zu einem Kundenniss-Type gekommen. Warte! Ich will noch ins Ziel vorher! Ich guck gleich doch nochmal, ob ich einen anderen Wagen gehabt! Das ist ja voll unnormal. Die Spieler ist Klasse, ist mir scheiß egal, was ihr fährt. Was spielst du? S-Klasse Hast du gerade eine S-Klasse aktiviert? Hier kommt die Feuerwehr Du bist jetzt gerade in der S-Klasse? Ne, jetzt nicht, vergleich Wollt schon sein Das ist wahrscheinlich der Beste vom Besten der Arsch, mal wieder Ne hat er nicht, das glaube ich nicht Ah doch, Vete ist so krank Sind schon alle Dämmens hier? Dauert noch ein bisschen Ich will nichts sagen, aber wieso hast du es geschafft? Der hat sich hundertprozentig diesen 840er oder diesen 800 Novatar geholt Okay, ich glaube das Das ganze schreit gleich nach einer Revanche hier Der hat sich hundertprozentig den für 22.000 Kohlen